So ihr Lieben, neues Format auf meinem Kanal. Ab sofort reacten wir mal auf ältere Videoprojekte. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann haut das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Reaction-Video ist natürlich nichts Neues. Grüße gehen raus an Draganowitsch. Habe ich euch unten auf jeden Fall auch mal in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, Video ab. Ich habe mir ein Video rausgesucht, das habe ich mal für eine Fitnessstudio-Kette in Braunschweig geschnitten. Das ist jetzt... Ui, das ist gerade mal zwei Jahre her. Au. Das ist jetzt auch kalt. Aber das zeigt dir, was sich für eine Lernkurve in zwei Jahren hat. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Das sind auch nur zwei Minuten. Und schaut dann mal rein. Herzlich willkommen in Vienna. Die Tonqualität. Mein Name ist Kerstin. Schön, dass du dich heute für unser Studio interessierst. Hallo Kerstin. Unser Vienna befindet sich in Quirum an der Kerstreisstraße. In der direkten Nähe zur Straßenbahn. Klausch dich seinem Großvater, Alter. Auch ohne Auto erreichst du uns problemlos. Für die Anreise mit dem Auto stehen dir direkt am... Also man merkt, damals habe ich noch nicht so viel mit meiner Kamera drauf gehabt. Und vor allem nicht, was Habprofile und, naja, Bildprofile angeht. ...genügend Parkplätze zur Verfügung. Du kannst auf über 2300 Quadratmetern ein einzigartiges Workout erleben. Auf unserer Fläche findest du neue Geräte von den Markenführern Life Fitness, Hammer Strange und Precore. Stübi, bester Mann. Auch in unserem Freihante-Bereich... Die Kamerafahrten viel. Die sind nach wie vor noch gut. Die sind gut. All das ergibt in Verbindung mit unserem ausgebildeten Personal... Nee, also ich muss mich mal selber kritisieren. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt. Achtet mal auf... ...auf der Handelbank. Die Handelbank, die links in der Mildmitte steht. Da ist ein kleiner schwarzer Fleck. Ich habe damals aus Versehen direkt auf dem Sensor gehabt. Ich habe den nicht... Also ich habe das nicht gesehen. Oder im Objektiv. Und da war überall diese schwarzen... Es ist bis heute keinem aufgefallen. Beziehungsweise es ist denen, glaube ich, schon aufgefallen. Aber ja, es fällt halt keinem auf. Mit unserem Mitgliedsarmband checkst du dich bei uns an der Rezeption ein, verschließt deinen Spind und erhältst damit Mineralien. Alter, diese Kamerafahrten fühle ich. Die fühle ich nach wie vor. Die sind einfach mal gut. ...Vitaminen und Mineralien während des... Die würde ich heute genauso machen. Wir bieten dir über 30 Kurse pro Woche an. Wir mussten immer die Kurse faken. Immer mit den Trainern, die da waren und den zwei Schauspielern. Das sind zwei Models. Aber dafür ist gut geworden. Stübi, alter bester Mann. Unsere Geräte verfügen über einen eigenen Fernseher, an dem du deine Lieblingssendung beim Training verfolgen kannst. Gute Kamerafahrt. Stübi, bester Mann. Habe ich sie nicht scharf bekommen auf dem Bild? Also von der Fokusschärfe her. Auch gut. Nach dem Training kannst du dich ganz im Grunde in unserer Sommermannschaft entspannen. Für dich steht ein 90 Grad Sommer und ein Großteil der Renierbereich zur Verfügung. Ein kompetenter Service und eine persönliche... Ey, man muss mal kurz was dazu sagen. Das war das Fitnessstudio, in dem ich auch angemeldet war. Bis ich meine Rechnung nicht gezahlt habe und den Kassel mir in den Arsch gefickt hat. Das war das geilste Studio. Ist immer noch das geilste Studio. Du hast für ein Zwanni als Student, ich weiß nicht, also natürlich war ich noch als Azubi-Student da drin, auch wenn ich schon lange selbstständig war. Du hast aber jetzt, ich glaube 30 Euro hat die Mitgliedschaft gekostet. Du hattest einfach eine fucking Privatsauna. Da war so selten einer drin. Und das Gym hat nur das geilste Equipment. Und die Leute waren korrekt. Individuelle Beratungen stehen bei uns im Mittelpunkt. Ey, man kann sagen, was man will. Okay, ich habe doch vielleicht das... Das ist aber wirklich das Beste, Alter. Wir würden uns freuen, ob dich als neues Mitglied der Vienna-Familie begrüßt zu dürfen. Also, schnapp dir jetzt dein Angebot und lern uns unverwendlich kennen. Ey, Kerstin ist auch eine Liebe. Wir freuen uns auf. Das kann man nicht anders sagen. Hey, man kann sagen, was man will. Man kann wirklich sagen, was man will. Ich meine, ja, na klar, sind da so kleine Fehler drin. Ich weiß. Aber, ich muss mal kurz vorsorgen. Aber, das war trotzdem ein grundsätzliches Video. Das kann man nicht anders sagen. Also, grundsätzliches Video. Gute Kamerafahrten. Von der Konzeptionierung. Gut, das haben die gemacht. Aber habe ich natürlich trotzdem meinen Senf zuweigetragen. Der Ton ist scheiße und Colorgrading war halt auch absoluter Müll. Aber, ja, geht schlechter, bin ich der Meinung. Und, ey, wenn ich erzählen würde, was ich dafür gekriegt habe im Verhältnis. Ich meine, ich habe den Preis selber ausgehandelt. Aber, weil, damals habe ich mich gefühlt wie der Kaiser. Also, Grüße gehen raus. Das war gar nicht so schlecht, wie ich es in Erinnerung hatte von mir gefilmt. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Format gefällt, haut mir das mal unten auf jeden Fall in die Tasten. Freue ich mich, weil da habe ich Bock drauf. Alte Projekte angucken. Bis zur nächsten Folge.